Na, wer schreibt da denn fleißig Autogramme? Ist das nicht die, äh, was? Das kann nicht sein, oder? Hm, alles deutet darauf hin, aber... Ist sie das wirklich? Äh, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber, was kann es denn wirklich sein? Und da, da steht's auch drauf. Hm, ja jetzt erkenne ich sie auch. Michaela Schäfer. Was uns interessiert ist, ähm, die Dessous im Tunnel-Term, ja? War das gesponsert? Ähm, das war nicht gesponsert. Waren die teilweise selber? Nein, also ich mag diese Firma sehr, Batschi heißt sie, wenn ich die nennen darf, und, ähm, es war einfach mit einer meiner Lieblingsunterwäsche-Firmen, die so außergewöhnliche Sachen macht. War der Ende? Ich bin DJing. Genau, also du hast das von der Peak auch gelernt, oder? Also ich bin DJing und lege selber auf und, ähm, habe auch keine Mix-Idee und ich nehme Unterricht sogar. Michaela Schäfer zum Anfassen. Live und direkt und in Farbe. Also, wer Lust hat, Michaela live an den Turntables zu erleben, einfach auf ihrer Website nachsehen. Und so schrieb sie Autogramme für Groß und Klein und ließ sich von hunderten Leuten festhalten. Jedenfalls in Bild. Und einen neuen Kalender hat sie auch mitgebracht. Ich habe reingesehen, bei diesem Kalender ist jeder Tag ein Feiertag. Hm. Bye, bye, Michaela. Und komm uns bald wieder besuchen in München. Hey, Sida, glauben Sie es jetzt? Wo sind wir hier eigentlich? Herzlich willkommen bei Videoreporter24. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017